So, wann ist Scheidung okay? Willkommen zu unserem neuen Video. Wir sprechen heute über ein sehr sensibles Thema, was vielleicht auch was persönlich mit dir zu tun hat und zwar Scheidung. Okay. Audio-Setup erstmal besser. Es ist nicht so windig im Studio. Dürfen wir uns als Christen scheiden lassen und wenn ja, unter welchen Umständen? Was steht dazu in der Bibel? Was steht dazu in der Bibel? Warum befragt man dazu eigentlich immer die Bibel? Darüber sprechen wir heute. Viele Christen, die jetzt vielleicht das Video schauen, werden nicht das akzeptieren, was ich sage. Aber? Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das biblisch ist, weil wir werden gleich was so wiebel lesen. Okay, das heißt, viele Christen werden nicht mit ihnen übereinstimmen. Kennst du das vielleicht? Du siehst sie, du verliebst dich, plötzlich, ihr seid verlobt, ihr heiratet. Okay. Ihr fahrt in die Flitterwochen, alles läuft perfekt und dann plötzlich... Nee. Passiert was. Du hast plötzlich vielleicht das Gefühl, dass du die falsche Person geheiratet hast. Und jetzt suchst du einen Weg daraus. Puh, klingt so, als wäre Mord eine Option, ehrlich gesagt gerade. Jetzt suchst du ein Weg daraus, klingt so, als gäbe es mehrere Wege. Ich meine, wir haben letztes Jahr alle die Story mit Bibi und Julian mitbekommen. Wir dachten, das ist das glücklichste, reichste und schönste Paar, was es gibt. Okay. Und plötzlich, von jetzt auf gleich, war die Scheidung da. Nee, geschieden sind sie, glaube ich, noch nicht, aber sie haben sich getrennt. Ich weiß, das, was ich jetzt sage, ist sehr empfindlich, weil viele Menschen, die dieses Video schauen, das weiß ich allein schon aus den Statistiken, schon entweder durch eine Scheidung durchgegangen sind, durch eine große Trennung durchgegangen sind oder vielleicht Eltern haben, die sie scheiden gelassen haben. Also es ist ein sehr empfindliches und ein sehr sensibles Thema. Vielleicht wurdest auch du betrogen und du hast dir eigentlich gedacht, das ist die Liebe meines Lebens, es wird ein Leben lang halten. Jetzt hat die Frau mich betrogen, was kann ich machen? Oder der Mann mich betrogen. Bevor wir gleich in die Bibel schauen, möchte ich euch kurz was zu dem Kontext von damals erklären. Sodass ihr die Kultur von Korinth versteht. Und warum sich jüdische Männer damals im ersten Jahrhundert scheiden lassen haben. Wisst ihr, was verrückt ist? Dass eine Scheidung damals ein genauso großes Thema war wie heute. Es gibt Belege und Geschichten darüber, dass Männer sich von ihren Frauen scheiden gelassen haben, weil sie das Toast verbrannt haben. Oder wahrscheinlich damals. Klingt gar nicht kompliziert. Das Brot. Das Brot verbrannt haben. Oder weil sie das Kopftuch nicht ordentlich getragen haben. Oder... Hm, gut, gut. Weil sie keine Kinder bekommen konnten. Oder einfach, weil die Frau nicht mehr schön war. Aber der Punkt ist, Scheidung ist heute ein großes Thema. Und damals war es vielleicht sogar noch ein größeres Thema. Weil es war gar nicht unüblich, dass ein Mann im Laufe seines Lebens mit 20 Frauen verheiratet war. Ey, ich spreche jetzt... Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber das spricht jetzt nicht für Religion im Gesamtkontext, ehrlich gesagt. Also alles, was hier gerade beschrieben wurde, klingt jetzt alles, alles nicht für Religion. Klingt jetzt so, als würde man eher sagen, das klingt wie eine sehr altertümliche Herangehensweise, die man auf jeden Fall nicht mehr, deren Teil man auf jeden Fall in 2023 nicht mehr sein sollte. Naja, aber hören wir mal weiter. In dieser Situation haben die Gemeindemitglieder von der Kirche in Korinth einen Brief an Paulus geschrieben, um zu fragen, wie sie damit umgehen sollen. Also wir hatten zum Beispiel die Situation, dass ein Nichtgläubiger eine nichtgläubige Frau geheiratet hat. Plötzlich ist einer von den beiden Christ geworden, hat sich bekehrt und plötzlich haben wir eine gemixte Ehe. Vielleicht ist es bei dir auch so passiert. Das darf niemand... Gemixt? Gott. Dass ihr Atheisten wart und plötzlich hast du dich bekehrt und jetzt haben wir eben das Problem, wir haben eine gemixte Ehe. Ja, ist ein großes Problem. Gemixte Ehen. Oh was? Was? Zur Hölle? Und damals gab es Menschen in der Gemeinde, die meinten, dass es Gottes Wille ist, dass du dich sofort von diesem Menschen scheiden lässt. Und es gab natürlich Menschen, die das komplette Gegenteil wollten. Und deswegen gab es damals viele Scheidungen. Zum Beispiel, weil Menschen nicht in einer Gemeinschaft leben wollten mit einer Person, die nicht gläubig ist. Und dann wollten sie natürlich auch keine... Rollmops, der Arme wurde von seinen Lehrern geknechtet und macht mir ein auf Deutschlehrer. Ich führe deine Stimme von vorne bis hinten, du Keck, es macht deinen Hunden aus... Was? Ich führe deine Stimme von vorne bis hinten, du Keck, es mit deinen Hunden aus einer Schüssel? Ach so ist, meinst du? Geh weiter, Among Us Try Harden. Weißt du eigentlich, dass ich deinen Bruder mal trainiert habe? Weißt du, wer ich bin? Psst, ich versuche jetzt das mal. Weißt du eigentlich, dass ich deinen Bruder mal trainiert habe? Soll ich deinen Bruder mal anrufen? Den habe ich in meinem Telefon drin. Soll ich den anrufen? Weißt du, wer ich bin? Ja, ich habe den trainiert. So kommst du in keinen Berliner Club rein, wenn du dich so benimmst. Du Dreckschwein. Du Dreckschwein. Ich rufe den an. Ich rufe den an. Doch, ich rufe den an. Mir ist egal, was du sagst. Du fliegst raus. Du kommst nicht in diesen Club rein. Hat's nicht gegessen. Ruf ich direkt an nach dem Stream. Kinder haben mit einer Person, die nicht an Gott glaubt. Auch natürlich dann kein Sex haben, die Einigkeit eingehen. Und dann hat Paulus erstmal Stopp gesagt. Vielleicht noch eine Sache zum Kontext damals. Frauen konnten sich nicht von ihren Männern scheiden lassen. Nur Männer von Frauen. Spricht jetzt auch nicht wirklich für die Kirche, ehrlich gesagt. Aber gut, gut. Und dann hat Paulus, nachdem er Stopp gesagt hat, drei verschiedene Szenarien beschrieben. Wahrscheinlich trifft eine von den drei, wenn du dich mit dem Thema befasst, auch auf dich zu. Stay nachher Among Us. Kritisches Spiel auch. Hier, Among Us. Gänglich sind wir in Among Us drin. Punkt Nummer eins. Szenario Nummer eins ist, ein Christ ist mit einem anderen Christ verheiratet. Da steht nämlich in der Bibel, was ich jetzt den Verheirateten sage, ist kein persönlicher Rat, sondern ein Gebot unseres Herrn. Also nicht Paulus seiner Meinung, nichts interpretiertes, sondern was Gott möchte. Okay, was möchte Gott? Keine Frau darf sich von ihrem Mann scheiden lassen. Okay, das muss ich aufschreiben, glaube ich. Warte, ich hole mal mein Tablet. So, was Gott will. Keine Frau darf sich von ihrem Mann scheiden lassen. Hat sie sich aber doch von ihm getrennt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann versöhnen. Okay, entweder die Alte geht zurück oder sie kriegt keinen neuen Digger. Habe ich so notiert. Dasselbe gilt für den Mann. Okay, das gilt auch für den Dude. Gilt auch für Abibi. Paulus macht also hier ganz klar, wenn du mit einem Christen verheiratet bist, dann gibt es sehr wenige Optionen, aus dieser Ehe überhaupt rauszukommen. Du kannst den Christen nicht entkommen. Dazu komme ich auch am Ende vom Video nochmal. Aber kurz gesagt, wenn du keine Unangemessenheit oder keine Misshandlung bekommen hast von deinem Partner, dann sollt ihr zwei zusammenbleiben und das Ganze ausarbeiten. Wenn dein Partner dich nicht misshandelt, gibt es keinen Grund. Und da gibt es auch Pastoren und Berater, die dir dabei helfen können. Aber wenn du dich jetzt doch scheiden lässt und keine bieblichen Gründe dafür hast, dann hast du zwei Optionen. Okay. Punkt Nummer eins ist, du bleibst Single dein Leben lang. Kann man winken? Frage. Darf man masturbieren? Oder B, du musst das mit Gott ausarbeiten und an irgendeinem Punkt muss Gott dich neu machen. Hä? Wie macht Gott dich denn neu? Wie das Ganze funktioniert, kann ich in dem kurzen Video jetzt hier allerdings nicht erklären. Okay. Selbstmord? Und genau, weil das wahrscheinlich ein sehr komplizierter Prozess ist, ist das ein Grund, warum du dir auf jeden Fall genau überlegen solltest, wen du heiratest. Weil es eigentlich nur die zwei Möglichkeiten gibt. Okay. Szenario zwei. Warte mal. Also entweder, ich darf nie wieder jemanden treffen oder Gott bringt mich um oder ich muss mich für Gott umbringen oder wiedergeboren werden oder was? Ein Christ ist mit einem Nicht-Christ verheiratet. Okay. Und möchte verheiratet bleiben. Paulus schreibt hier, für diejenigen, deren Ehepartner nicht gläubig ist, gibt es keinen ausdrücklichen Befehl. Deswegen rate ich euch, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Also Gott erlaubt mir, mit der Person zusammen zu sein, obwohl sie mein Glauben, das ist ja nett. Das heißt, wenn es deinen Partner nicht stört, dass du gläubig bist, und er dir in deinem Glauben nicht im Weg steht, dann sollst du dich nicht trennen. Und wenn eine Christin einen ungläubigen Mann hat, der bei ihr bleiben will, soll sie ihn nicht verlassen. Denn der ungläubige Mann steht durch seine gläubige Frau unter dem Einfluss Gottes. Ebenso die ungläubige Frau durch ihren gläubigen Mann. Sonst würden ja auch eure Kinder fern von Gott sein. Doch auch sie stehen unter Gottes Segen. Was Paulus hier also nicht... Der redet für Blödsinn. Ich habe sechs Jahre Religion unterrichtet. Gott ist völlig egal, ob ich mich trenne. Naja gut, aber dem katholischen Arbeitgeber ist vielleicht nicht egal, ob du dich trennst oder nicht, weil das unter Umständen dazu führt, dass du deinen Job verlierst. Hm. Was mich sagt ist, dass wenn du mit einem Nichtchristen verheiratet bist, dieser automatisch gerettet wird. Das steht hier nicht. Und es steht hier auch nicht, dass dein nichtchristlicher Ehemann sich irgendwann zu 100% bekehren wird. Was hier aber steht ist, dass weil du ein Christ in dieser Familie bist... Ich bin evangelisch, ich bin ungläubig. Eigentlich kann man schon sagen, dass ich den Teufel anbete ein bisschen. Ich glaube, das wird man nächste Woche in einer sehr prominenten Art und Weise sehen, dass ich den Teufel anbiete. You don't even f***ing know. Es wird sich das automatisch auf die anderen Familienmitglieder abwerben. Oh Gott. Dieses Video hat echt ein unangenehmes Timing. Und das haben wir oft in der Bibel gesehen, dass Gott eine Gruppe von Menschen gesegnet hat, weil eine Person in dieser Gruppe Gott geehrt hat. Okay, Szenario Nummer drei. Ein Christ ist mit einem Nichtchristen verheiratet und möchte gehen. In der Bibel steht hierzu, wenn aber der ungläubige Partner auf eine Trennung besteht, dann willigt in die Scheidung ein. Okay, aber also das ist ja cool. Dann darf man, wenn also nur einer gläubig ist, dann darf man gehen. Geil. In einem solchen Fall ist der christliche Partner nicht länger an den anderen gebunden. Denn Gott will, dass ihr in Frieden lebt. Wie ich das hier verstehe. Und bitte schau selbst in die Bibel und lese das selbst durch, bevor du irgendeine Entscheidung triffst. Bedeutet das also, wenn ein ungläubiger Mensch gehen möchte aus einer Ehe, dann bist du nicht mehr an diesen Nichtchristen gebunden. Und ich glaube auch, wenn Gott hier eine Scheidung erlaubt, dann gibt er auch das Recht, wieder zu heiraten. Okay, fassen wir kurz zusammen. Das hier ist zwar ein bisschen vielleicht längeres Video als normalerweise das 4-Minuten-Video, was wir hochladen. Es ist aber trotzdem keine formale, lange Masterarbeit über das Thema. Ja. Und es gibt, wie wir gelernt haben, drei Gründe, wieso man sich von seinem Partner scheiden lassen kann. Erstens, wenn der ungläubige Partner gehen möchte, 1. Korinther 7,15, zweitens Ehebruch, Matthäus 5,32 und 19,5. Aber hier auch nochmal ganz kurz, es gab schon viele Ehen, die geheilt wurden, nachdem ein Partner Ehebruch begangen hat. Geheilt? Also nur, weil dein Partner dich betrogen hat, heißt es nicht, dass du die automatisch scheiden lassen musst. Und Punkt Nummer 3, wenn deine Scheidung vor deiner Bekehrung passiert. Das sind 2. Korinther 5,17. Oh, das ist jetzt aber eine Menge. Also, wenn du dich jetzt bekehrt hast und jetzt neu heiratest. Das war es zu dem Thema. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wir bringen bald ein ganz großes Projekt an den Start. Deswegen abonniert uns gerne und schaut im nächsten Video wieder rein. Ja, vielen Dank für diese sehr wissenschaftliche Herangehensweise an einer sehr unwissenschaftlichen Sache. Und jetzt danke, dass ich finde, Gott ist gar nicht so übergriffig, wie viele denken. Gott ist gar nicht so übergriffig, wie viele denken. Ich meine, dass der dir sagt, wie du dein Leben zu führen hast, unbedenklich. Glaubst du an irgendwas? Nee, nicht wirklich. Ich glaube, wenn man Gutes macht, wenn man die Möglichkeit hat, Gutes zu tun, dann ist das etwas, das den eigenen Geist beruhigt, weil man weiß, dass man doch Leuten helfen kann. Aber nicht wegen einer höheren Sache, sondern einfach wegen, weil Menschlichkeit nichts mit Spiritualität zu tun hat. Du kannst menschlich sein und Leuten helfen, ohne an irgendeinen Schwachsinn zu glauben, der dich da angeblich in zwei Welten schicken will, wenn du tot bist. Ich denke, du kannst Leuten einfach helfen. Ich denke, das ist Denton, die Welt sind gesammelt. Ich denke,